Was geht, Leute? Eure rote Kartoffel ist am Start und ich habe einen Mega-Sonnenbrand. Ihr seht es selber, wo fahr ich denn hier überhaupt hin? Sag mal, was ist denn hier passiert auf der Straße, Leute? Ich habe einfach einen Mega-Sonnenbrand und ihr seht es gerade selber. Mein Gesicht ist komplett rot und hier ist anscheinend auch irgendwas komplett rot. Alter, hier war einfach ein Verkehrsunfall. Was denn hier passiert? Sag mal, hier ist so ein riesiges Among Us-Auto. Sag mal, was ist denn hier passiert? Entschuldigen Sie bitte. Amogus. Ja, was labert der? Was für Amogus? Okay, ja, was ist hier mit Amogus? Ich sehe hier Amogus-Auto. Amogus, aber was geht, was geht, was geht? Hi, schön, dich zu sehen. Ich habe da einen Autounfall. Du hattest einen Autounfall? Macht Auto diese und LKW diese oder was? Ja, ungefähr genau so. Und jetzt lasst mal ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal, da dann sage ich dir, was du heute zu tun hast. Leute, ihr habt ihn gehört. Liked mal das Video und abonniert den Kanal für tägliche Videos. Und dann sag mal, was habe ich denn zu tun? Ich will ja eigentlich nur nach Hause fahren jetzt gerade. Mein Auto steht da hinten ja. Haha, nicht so schnell, Alter. Du siehst ja das Among Us-Auto. Damit hast du auch was vor heute. Ja, ich sehe gerade schon, Alter. Das glänzt sogar. Da kann man auch einsteigen. Das Ding ist aber ja schon halb Schrott. Sag mal, das wackelt ja auch alles. Was ist denn das für ein Auto, sag mal? Wie hast du mein Amogus-Auto genannt? Naja, ich habe einen Sonnenbrand. Ich war den ganzen Tag in der Sonne. Ich will mich jetzt hinlegen und will ein bisschen chillen, sag mal. Mein Auto eincremen und so. Sonst sehe ich aus wie so ein roter Krebs. Also lass mich mal vorbei hier bitte mit deinem ganzen Schrott hier. Soll ich irgendwie den Krankenwagen rufen oder so? Nein, Mann, hier ist ja keiner verletzt worden. Nimm jetzt das Amogus-Auto und sieh zu, dass du alle Among Us tötest. Äh, du meinst alle Crewmates? Okay, ja. Wo finde ich denn diese Among Us-Station? Fahr einfach mit dem Auto, dann wirst du dahin teleportiert. Mit meinem Auto? Okay, ja, kein Problem. Nein, du Depp! Oh, was ist denn? Was ist denn? Ich dachte, mit meinem Auto soll ich wegfahren. Mann, mit dem Amogus-Auto muss ich dir alles erklären, du voll Idiot. Spann dich, Alter. Sei mal froh, dass ich das mache. Okay, ja gut. Dann mit dem Amogus-Auto geht es jetzt zu den Crewmates. Yo, ich bin jetzt wirklich auf dem Among Us-Schiff, Leute. Wie cool ist denn das? Ich meine, guck dir das mal an, wie krass das hier aussieht. Und jetzt bin ich einfach als Imposter unterwegs, oder was? Alter, das ist hier ganz, ganz laut, Leute. Okay, ich bin als Imposter unterwegs. Wir müssen jetzt, wie er gesagt hat, alle Crewmates töten, beziehungsweise alle Leute hier töten. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal finden, und das Ding ist, die dürfen hier halt auch nicht rausvoten. Wir müssen jetzt erstmal hier die Crewmates finden und natürlich auch herausfinden, wer der Imposter ist. Auf jeden Fall haben, höre ich hier, die müssen hier alle, die machen hier gerade irgendwelche Arbeiten. Hier rechts ist jetzt direkt einer, glaube ich. Äh, ja, die machen hier gerade, oh, hallo, hallo, hallo. Okay, da sind Weiß und Lila. Okay, die dürfen auf jeden Fall nicht merken. Hier, der hat ihn gerade gekillt, das ist der Imposter. Oh mein Gott, schnell. Ich hab hier irgendwas, ich hab hier irgendwas. Warte mal. Äh, oh Gott. Oh Gott, wo ist das? Hier, okay, okay. Damit können wir jetzt einfach mal, und... Oh! Okay, okay, das hat funktioniert, aber ich hoffe, es hat keiner gesehen. Alter, oh mein Gott, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Imposter gefunden. Der hat mich einfach gerade den anderen gekillt. Wer ist das hier, der Gelbe? Okay, haben wir hier drüben auch nochmal einen, ja. Guckt euch mal die Leute genau an. Die müssen ja alle schön Aufgaben machen. Oh Gott, verdammt, jetzt sieht man hier, dass hier so ein Toter ist. So, zack, dahin sortieren, alles gut. Okay, den Gelben haben wir... Oh Gott, da war ein Schwarzer, glaub ich. Hier, vorsichtig, da ist der schwarze Imposter. Und jetzt hier, wegsortiert. Da ist er, läuft er, läuft er, okay. Alles gut. So, lalala, wir haben ja hier unsere Aufgaben, sag ich mal. Aber die haben wir ja gar nicht, Leute, ne? Ja, ich stirb schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, hier ist einer gewendet. Hier ist einer gewendet. Oh nein. Das ist der rote gewesen gerade. Er hat es hier unten nicht gesehen. Angriff! Boom! Oh Gott, waren es alle? Ich höre hier noch was. Lalala, wir müssen hier vorne mal hin. Wir haben nämlich eine Aufgabe. Hallo, Blue, alles gut. Okay, jetzt ganz heiße, Leute. Hinterher schleichen bei Blue. Und? BAM! 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 Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben jetzt einfach schon direkt alle Imposter gekillt hier. Und alle Crewmates. Wir gucken lieber nochmal nach, Leute, dass hier irgendwo noch einer versteckt ist. Oh, hier scheint mir richtig die Sonne entgegen. Alter, so krass habe ich das Among Us-Schiff noch nie gesehen. Habt ihr das schon mal so gesehen, dass da die Sonne so krass scheint? Liebe Imposter, hallo. Wo seid ihr? Können wir das hier übrigens anzünden? Brennt das hier? Ne, das brennt leider nicht. Wir könnten natürlich hier auch so ein paar Explosiv-Bandern machen, damit das Schiff dann aber auch abstürzt. Hier drüben auch nochmal. So, komplett rein. Hier auch nochmal an die Luke da hinten. Ja, 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 ja. Nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen. Dann muss ein bisschen was kaputt gehen. So, zack. Hier drüben bei meinem Zielkanister. Und, oh mein Gott, Alter. Das geht aber auch ab hier, ne? Hier auch nochmal so ein bisschen in den Maschinenraum. Hier vorne jetzt auch nochmal kaputt, Mann. Damit hier auch ja keine andere Crew kommt. Ich denke, dass wir hier noch irgendwas heile gelassen haben, ne? So, hier drüben auch nochmal. Ich glaube, es lebt gar keiner mehr, ne? Ich glaube, wir haben alle Imposter jetzt geholt und auch die ganzen anderen Crewmates. So, hier drüben auch nochmal. Und damit haben wir einfach hier auch direkt schon alle getötet, Leute, wie er gesagt hat. Aber was genau hat das jetzt gebracht? Wieso sollten wir das machen? Das müssen wir ihn eigentlich fragen. Oder vielleicht kann ich ja auch jetzt nach Hause. Mal gucken. Ey, Mann, schon wieder Stromausfall bei mir in der Bude. Es ist ja hier wirklich immer nur dunkel, ne? Aber draußen ist es immerhin hell schon geworden. So, erstmal raus hier. Das war ja schrecklich. Ey, immer ist hier Stromausfall in diesem blöden Block. Ich hasse es, hier zu wohnen, Leute. Wirklich, ich lasse jetzt mal ein Like da. Dann wohne ich vielleicht hoffentlich bald woanders. So. Okay, ich bin im Block. Wieso? Was ist hier los? Was geht denn hier jetzt ab? Sag mal. Wieso ist hier ein riesiger blauer Imposter? Und wieso ist Cooper da? Cooper, alte Kanone. Kannst du mir hier erklären, wieso hier so ein riesiger Imposter ist? Was soll das? Guten Morgen, du Schlafmütze. Ja, hast du dich auch endlich mal gesehen, oder was? Ja, ich habe ihn gerade erst gesehen. Ich bin gerade jetzt aufgestanden. Ich hatte Stromausfall bei mir in der Bude. Wie lange bist du schon wach? Wie spät am besten überhaupt? Es ist 15 Uhr, sag mal. Du schläfst ja doch nicht bis 15 Uhr, oder was? Ähm, kann sein, dass ich gestern Abend ein bisschen länger gemacht habe. Ja, was hattest du mit dem Imposter hier auf sich? Was ist das? Das ist doch kein Imposter, die Idiot. Das ist ein Crewmate. Und angeblich sollen die hier in der Stadt unterwegs sein. Hä? Hier in der Stadt unterwegs? Okay, und sind die böse? Oder sind die gedästigt jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen harmlos aus? Der ist auch harmlos. Aber hier, ich habe mal was Cooles für dich. Was ist das denn? So ein Hacker-Handy habe ich hier gerade bekommen. Warte mal. Das bedeutet, ich kann... Oh mein Gott. Willst du mir sagen, ich kann das Auto fernsteuern, Leute? Guckt mal. Ich kann mit dem Hacker-Handy das Auto fernsteuern und auch hochjagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu einem Imposter fahre, kann ich jetzt hier einfach so machen. Wow. Alter. Und das Auto ist wirklich explodiert. Das heißt, ich kann hier mit rumma irgendwie krass. Benutzerweise los. Okay, ja, mache ich. Vielen Dank, Leute. Ich habe einfach so ein Hacker-Phone bekommen. Wie krass sieht das denn bitte aus? Warte mal, jetzt gucke ich mal hier aufs Auto und... Bamm. Das sieht ja nicht. Äh, muss ich hier vielleicht irgendwas... Oh mein Gott. Was ist denn mit dem Auto los jetzt? Hört nicht an, das fällt hier einfach auf einmal los. Okay, warte mal, warte mal. Geht das hier auch? Ähm, um Gottes Willen. Alle Autos sind völlig am Durchdrehen. Hilfe. Was passiert denn jetzt hier? Sag mal. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Die ganzen Autos kommen. Puh. Wo bin ich hier jetzt aufgewacht? Sag mal. Wo bin ich denn? Bin ich hier in irgendeiner Super-Mario-Welt oder was? Und da oben, was sind da für Flugzeuge? Und wieso ist hier ein Flugzeug abgestürzt? Das ist doch aus Super-Mario hier. Ja. Eingesammelt. Okay, eine Münze eingesammelt. Äh, da ist noch eine. Da ist noch eine. Oh mein Gott. Was macht denn der da? Okay, ich sammle hier mal lieber schnell die Münze ein. Ähm, so. Nächste Münze eingesammelt. Sehr gut. Was ist da für ein Schild? Soll ich... Hier ist ein Pfeil. Ist hier eine Abkürzung oder was? Und was ist mit diesem Flugzeug? Was hat das damit auf sich? Okay, ich glaube, hier werden wir mal lang. Leute, was ist hier... Was sind die auch für Bomben? Das ist ja Super-Mario hier oder was? Oh mein Gott, guckt ihn euch an. Der ist ja völlig am durchdrehen. Die muss ja wieder mit den Münzen um unschnell. Ja, hab ich. Ja. Oh mein Gott, der greift mich an. Hau ab hier, sag mal. Oh mein Gott, der ist ja völlig am durchdrehen, die Lava da unten. Du musst aufpassen. Das ist hier diese Bomben-Bom-Werk oder sowas. Und hier ist so eine Lucky-Box. Soll ich die mal... Das ist doch alles hier ein ganz blöder Albtraum. Was ist denn da drin? Eine extra Münze? Ja, die nehme ich doch sehr gerne mit. Ja, vielen Dank. Ich habe hier ordentlich Münzen mitgenommen. Und die Bomben hier, da müssen wir aufpassen. Die machen Gott sei Dank gar nicht. Was ist das denn? Ein Jump Pad? Oder was soll das hier sein? Wow! Yo! Wo bin ich denn jetzt denn geflogen gerade? Und da oben? Was kann... Das ist doch alles ein Albtraum hier. Den schnapp ich mir da oben. Ich muss nur wissen, wie. Äh, vielleicht, wenn ich hier hochspringe. Ja, 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 ja. Oh Gott, hier ist ein Essenswagen. Sag mal. Hier kann man Essen holen. Okay. Hi, wer bist du denn? Was machst du? Oh, hallo. Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Du bist gerade in einer Traumwelt. Willst du wieder aufwachen? Ich bin in der Traumwelt. Dann kann ich hier also... Ja, stimmt. Ihr habt recht. Das ist gelbes Farbspray, aber es wird nicht gelb. Also irgendwas... Irgendwas... Guck mal hier. Das wird rot. Irgendwas stimmt. Ich würde natürlich gerne wieder aufwachen. Bitte. Wie komme ich hier wieder raus? Hex, Hex, Hidibus! Boah! Oh Gott. Ich habe echt einen miesen Albtraum gehabt. Irgendwie haben mich alle Autos erfolgt, aber das war ja echt. Oder nicht? Ihr kennt ja diese echt realistischen Träume. Wo bin ich jetzt? Ähm, hallo? Hallo! Okay, aber ich habe... Warte mal. Ich habe trotzdem aber die Hacker-Sachen dabei. Ich habe meine ganzen normalen Werkzeuge dabei. Wieso ist das hier? Da ist ein Impostor. Da ist ein Impostor. Da ist ein Crewmate. Okay, also ich bin jetzt hier gerade in der Among Us-Welt. Aber wieso ist hier ein wuseliger Crewmate? Und hier ist noch einer rausgekommen aus dem Lüftungsschachter. Da ist noch einer gewendet. Hallo? Ähm, um Gottes Willen. Hier machen doch alle Leute ihre ganz normalen Aufgaben, oder nicht? Ähm, ja, kann ich hier irgendwas steuern? Keine Ahnung. Wo sind jetzt die Crewmates hin? Vielleicht kann ich mit denen mal reden. Da! Hi! Hi! Ich würde gerne mal mit euch reden. Sind sie da? Hallo? Nerv mich nicht! Hey! Wieso wollen die nicht auch mit mir reden? Was ist denn mit denen? Sag mal! Da mit dem Roten. Hallo? Ich würde gerne mal mit denen reden. Hallo? Hi! Was geht? Äh, ja. Ist das hier echt? Ist das hier nicht echt? Was sind sie für einer? Hallo? Wieso? Wieso reden sie nicht? Wieso verfolgen sie mich? Was soll das? Oh, sie... Um Gottes Willen! Ihr habt alle gesehen, wer der Impostor ist. Der Grüne. Und der haut schnell ab. Was ist mit dem Roten? Die wollen mich killen, glaube ich. Ich glaube, ich bin jetzt mitten im Among Us drin. Ich muss jetzt das Spiel fertig spielen, oder was? Ähm, hau ab da! Hau ab da! Bitte geh weg! Um Gottes Willen, Leute! Ich hab Angst vor den ganzen Impostoren! Ich muss irgendwas machen! Warte mal! Cooper, mein Kollege, hat mir doch so ein Hacker-Handy gegeben! Glaubt ihr, ich könnte die Among Us-Higuren hätten damit? Das wäre krass! Und jetzt seht ihr überhaupt mal, wie groß diese Müllfabrik hier in echt ist. Hier dieser riesige Hebel. Geht das auch auf? Nee. Was sind denn hier draußen eigentlich? Okay, ich kann es auch nicht... Hier wurde auch ein Schneider gekillt! Ähm, und hier ist das Benzin. Wo sind jetzt die Impostor? Hier war Glas, hier war ein Kaput-Sound. Hier, irgendwo war jetzt grad ein Sound. Ich brauch das Hacker-Handy, da! Sehe ich irgendwo die Impostor so? Kann ich die so irgendwie... Was ist hier denn die ganzen Stromkabel? Ähm, hallo? Oh, um Gottes Willen. Hier, der Grüne! Der ist auch gekillt worden! Es lebt gefühlt niemand mehr außer ich, hab ich das Gefühl! Bin ich hier der letzte, ich sag mal, Crewmate, der noch über ist? Hier ist noch irgendwo ein Impostor über. Ich muss gucken. Ich weiß ja, wer es ist. Ich könnte ein Emergence-Team-Meeting jetzt machen, oder nicht? Hier ist hier irgendwo noch einer. Ich fliege mal kurz hoch. Ne, hier ist keiner mehr. Ähm, hier vorne kann ich hier irgendwie ein Kabel rausziehen. Muss ich da irgendwie ein neues Kabel reinstecken? Ich glaube auch nicht. Hier in diesem Sektor. Guck, wie krass das auch alles aussieht. Ne, so bunt auch. Also, irgendwo ist jetzt hier gerade der Impostor. Und ich muss den finden. Am besten ist, ich hacke den. Dann kann der doch niemanden mehr. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Weißer, weißer, weißer. Ich hab ihn alle gesehen, Leute. Und da war er gerade. Am besten, ich hack ihn. Am besten, ich hack ihn, wenn es geht. Er macht gerade eine Aufgabe. Er hat mich gesehen, glaube ich. Warte mal. Ich brauch das Handy. Ich brauch das Hacker-Handy. Kommt er? Er kommt! Er verwollt mich! Er will mich killen! Er will mich killen! Er kommt! Oh Gott, er kommt übel stark angelaufen, Leute. Das ist los mit mir. Bitte lasst ihn schnell, Leute da. Der will mich killen, Leute. Der kommt wirklich hinter mir her. Was ist denn mit dem? Der verfolgt mich! Oh nein, oh nein. Und da ist noch ein zweiter Hilfe, Leute. Was wollen die von mir? Die sollen doch bloß abhauen hier. Sag mal, hau ab da! Oh Gott, das will ein Tier. Und hier hat er den einen umgelegt. Ich muss irgendwie... Ich muss ihn jetzt hacken. Ich muss ihn jetzt hacken. Ähm, äh... Hier! Hacken! Hat's was gebracht? Hat nichts gebracht. Nochmal, nochmal, nochmal. Hacken! Los! Hacken! Nein! Ich hab mich klein gemacht. Ich hab mich jetzt wieder groß gemacht. Was ist denn das für ein komisches Handy? Sag mal. Ich muss abwauen vor dem. Oh, er schießt auf mich! Er schießt. Er hat sich gerade umgelegt. Er wurde umgelegt. Von wem? Von wem wurde der jetzt gerade umgelegt? Der Strom ist ausgegangen. Von dir kamen doch die Schüsse irgendwo. Ich hab's doch alle gerade gehört. Von wem wurde der jetzt gerade umgelegt? Wenn das nicht der Imposter ist. Wer ist es dann? Dann kann es ja nur der Weiße gewesen sein. Der Weiße. Da ist ja! Oh Gott, es soll ja. Er ist es. Er ist der Imposter. Ich muss ihn hacken, Leute. Ich muss ihn zerstören. Ich hab doch hier irgendwo noch ein Laserschwert. Ja, das funktioniert auch. Okay. Komm her, du blöde Imposter, Leute. Ich hack ihn. Ich hack ihn. Warte. Hacken. Hier. Funktioniert das, Leute? Was glaubt ihr? So. Und... Links-Klick. Geht nicht. Ist das nicht der Imposter oder was? Hallo? Jetzt hier. Und hacken. Oh mein Gott. Sein Rucksack ist runtergefallen. Ihr habt's gesehen, wie ich's gehackt hab gerade. Hier einfach tausend Würfel jetzt. Das heißt, ich kann ihn auflösen lassen. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh mein Gott. Er löst sich einfach auf in tausend Teile. Guck mal hier. Das ist gefühlt gar nichts mehr von ihm über. Und hier oben, er macht irgendeine Mission. Bam. Er löst sich einfach auf. Wow. Okay, das ist krass. Das heißt... Hau. Der Geister, Imposter. Oh Gott, das muss man ein Emergency-Meeting machen, Leute. Und zwar schnell. Und zwar ganz, ganz schnell. Hier auf dem Tisch, auf dem Tisch. Was passiert denn da jetzt? Der Tisch hat sich auch komplett aufgelöst. Was soll das denn werden? Sag mal. Emergency-Meeting. Los. Ich hab gedrückt, Leute. Hier noch diese ekligen Füße von dem Imposter. Okay, Emergency-Meeting geht los, Leute. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Emergency-Meeting läuft. Und wer von euch Impostern war es? Leute, der Weiße ist gar nicht dabei. Hier. Wer sind das denn? So Zombie-Imposter? Um Gottes willen. Die müssen wir erstmal kurz kaputt haben. Okay. Von denen war es einer von denen, Leute. Was glaubt ihr, wer war es? Schreibt mal in die Kommentare, welche vier Farbe ihr glaubt, wer es war. Und welches eure Lieblings-Amongas-Farbe ist. Es war der weiße Imposter, Leute. Und zwar der hier hinten. Der da. Der steht da. Ey, das haben wir noch nicht fertig gebaut. Der war es nicht. Der war es nicht. Der war es nicht. Der war es nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Die beiden waren es. Hier, die beiden und die. Die markiere ich mir schon mal hier ein bisschen. Ich stimme mir doch zu, Leute. Wenn ihr mir zuschaut, dass der weiß ist jetzt war, dann lasst mit den Leichtern. Ihr habt ja alle gesehen, dass er den roten Haun noch umgebracht hat. Ähm, bedeutet... Ich frage einfach mal. Ähm, yo, ihr weißen Imposter. Wo wart ihr denn eben gerade zum Schluss, bevor das Emergency-Meeting aufgebaut wurde? Schau mal. Bevor das Emergency-Meeting gecalled wurde. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach rumgelaufen und habe meine Aufgabe gemacht. Ähm, bist du dir da sicher? Das kann ich dir nicht glauben. Und wieso gibt es überhaupt zwei von dir? Was soll das denn heißen? Ich habe auch nichts gemacht. Ja, ich bin direkt gestorben am Anfang. Okay, das glaube ich dir vielleicht. Aber der andere? Okay, warte mal. Das heißt, du fällst schon mal raus. So. Aber was ist mit dir? Mit dir stimmt irgendwas nicht. Ich habe genau gesehen, dass es ein weißer Imposter war, der mich angegriffen hat. Ja? Also, das musst du gewesen sein. Ich war es nicht wirklich. Ich glaube mir. Das kann ich dir irgendwie nicht glauben. War es einer von denen hier vielleicht? So, wir gucken mal. Nein, von denen war es auch keiner. Wir müssen uns jetzt für einen entscheiden, Leute. Von denen war es sowieso keiner. Das sind ja immer nur Doubles. Ich würde... Oder war es doch der hier hinten? Der hier war es doch oder nicht? Nee, okay. Das ist nur so eine Toilette oder sowas. Leute, wir alle wissen, wer es ist. Ich glaube, du bist der Imposter. Deswegen nehmen wir dich mal mit hier. Zack. Wählen dich aus und bringen dich mal ganz kurz hier hin zum Auto. Oder zum L... Oder zum LKW. Oh mein Gott. Der ist ja gefühlt schon fast komplett kaputt gegangen. So, Imposter eingeladen. Und jetzt... Aus mit ihm hier. Raus aus dem Spiel. Sehr gut. Leute, wir haben einfach die Imposter gehackt heute. Das war sehr, sehr krass. Wir wussten auch, wer es ist. Ihr wusstet es wahrscheinlich auch. Sehr, sehr krasse Folge. Lasst ein Like oder ein Abo da. Folgt mir auf Instagram. Da antwortet euch jedem. Link dazu in der Videobeschreibung. Tue die gewaltige Hälfte. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin und ciao. Ciao.